so herzlich willkommen zu einer kleinen aufnahme ja heute geht es um die überarbeitung des set commons wie ihr jetzt auch in diesem video sehen werdet der ando hash kommt jetzt noch nicht aber der wird demnächst kommen also als erstes also als nächstes video um genau zu sein als nehmen wir uns diesen teil und setzen sie hier unten drunter so als nächstes machen wir einmal eine liste mit strings die nennen wir IDs und das ist eine neue arraylist string ja doch string klammern array es ist und da kommt rein wert so und damit setzen wir uns übertragen das ganze so und jetzt müssen wir halt hier einfach nur noch da was machen mich da ist wenn man fix punkt ist wert nee das ist auch gar nicht fadis und jetzt fangen wir fangen wir anders an als erstes müssen wir hier oben uns in random setzen der ist für uns wichtig weil wir ja schließlich ein random aktiv haben wollen werden gleich new brander dann in search gleich rnd punkt next int und da machen wir jetzt einfach daraus eine machen wir daraus all dies punkt heißt so das heißt wir kriegen jetzt in der search ist dann auch von den ID size als singes dann können wir ID size abfragen nach search get search punkt contains doppelpunkt wenn das der fall sein sollte dann nehmen wir jetzt das hier rüber das ist hier einer dann machen wir jetzt hier ich glaube ich erkläre das gleich noch mal hier während ich es hier erkläre sonst verkacke hier ähm ins id gleich null ins sub id gleich null äh so ok ähm jetzt einmal kurz zur erklärung als zwischenfasicht wir haben jetzt hier oben den search für ID size das ist ein random hier haben wir fertig gesetzt die IDs hier fragen wir ab ob der random die stoffelpunkte contains wenn ja splitten wir den und teilen das auf ins ist aber die oder die ansonsten also elf ähm ID gleich äh und da müssen wir IDs punkt äh jetzt search warum mache ich hier keine sub id weil die sub id dann eh null ist so und jetzt können wir das ganze exportieren dann äh geben wir hier rauf reloaden das ganze einmal und fertig so jetzt äh machen wir mal search time set one set one markieren uns die zwei punkte set und dann machen wir einmal set eins setzt alles eins set eins kommand zwei äh mit diesen pass sind will you off 31 ein reißig was wir lassen für das ist noch nichts ach okay ich hab schon die Fehler treuens Blitz ich hab schon um mann wie sieht es ganz dummer fehler da das Komma fehlte mit dem Split also Split Komma machen weil wir da ja den äh den Value auf trennen ähm der muss ja schließlich äh wenn wir schließlich dann mehrere IDs die mit dem Komma getrennt werden und deswegen muss das gesplittet werden genauso wie bei dem anderen nur ähm da muss das halt mehrmals gesplittet werden so jetzt geht das hier auch können wir jetzt drei machen mal drei mal drei mal drei wenn jetzt ganz genau darauf achtet ich erhöhe jetzt so langsam die chancen für drei umso mehrmals ich drei hier ein hätte umso höher ist die chance dass das hier alles drei wird und gleich mach ich mal ganz viel das sind so naja immer noch nicht ihr merkt die haben schon fast keine chancen mehr hier drin ne ja ähm jetzt können wir auch hier 3.2 machen zum Beispiel äh jetzt legen eigentlich noch ein da ist da noch ein 2 drin ihr seht das funktioniert eigentlich einwandfrei jetzt ja und somit ähm haben wir jetzt unsere kleine Geschichte fertig also unser Setcomment funktioniert einwandfrei und wir können ihn jetzt auch schon halt ähm überarbeiten ja und dann ähm würde ich äh freue ich mich halt über ein Abo und ein Like ja aber das tut auch jeder YouTuber was natürlich irgendwie scheiße ist ähm gute Idee auf jeden Fall ähm Dankeschön fürs Zusehen und ähm ja dann bis zum nächsten Mal ähm ich werde mich dann äh beim nächsten Mal um den UndoHash kümmern damit wir unser Set auch an und können und danach werden wir dann uns um den Replayscomment hören ok bis dahin tschüss